Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GT4 im Singleplayer. Im letzten Part haben wir ein bisschen was für Money gemacht und wir haben French Tom getötet. Und in diesem Part werden wir uns jetzt ähm... Ach Gott. Du und ich sind die Priester und die Frauen von Liberty City. Die heißen Körper sind weg, Baby. Lass uns einen Drink, Mann. Bruce... Ja, bla bla bla. Telefonbuch, Brucey, Pläne abbrechen. Alter, schaffst du heute noch? Hey, Brucey. Sorry, aber wir können den Drink jetzt nicht bekommen. Der Mann ist auf meine Hilfe. Gib mal ein bisschen Gas hier. Hey, 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 ich spiele den ganzen Tag. Ich werde mich nie verweilen. Ich werde mich nie verweilen. Ach so, das war die Mail dafür, dass wir das Fragezeichen unten haben. Die können wir mal löschen. Die können wir auch löschen. Hab über deine heiße State of Liberty City Website gelesen, Alter. Da hieß es, du sehst... ...alt aus. Du musst was dagegen tun, Alter. Ich lass die ganze Zeit spritzen. Es muss dir nicht peinlich sein. Gut auszusehen. Brucey. Gut. Äh, wir überspringen die Fahrt der Kriegszeit doch nicht hin. Okay, wir sind jetzt bei Playboy X oben im nördlichen Teil von Algonquin. Und 100 Dollar für eine Taxifahrt. Alter! Deconstruction 4 beginnt aus einem meiner absoluten Lieblingsmissionen. Hey, was's up, Money? Hey, come on. Ladies, give me a few minutes. Business Calls. Sehr sympathisch. Der hat wie so ein Schimpanse gelacht. Oh Gott. All dem kleine Arten da unten? Man, die Scheiße ist verrückt. Also ich glaube, du machst okay. Ja, okay. Aber, äh, was für dich? Was motiviert dich? Hm. Well. Ich brauche Geld. Das betrifft. Ich kann es tun. Ich weiß nicht, ob ich leben oder sterbe. Und ich schaue jemanden. Jemand especial. Ja. Du kannst das sagen. Also. Warum brauchst du mich? Ich schaue immer für gute Leute. Ich stelle einen Arm. Aber in meinem Arbeit, die Leute verändert. Geld verändert. Nicht ich. Ich bin noch ein Hustler aus diesen Straßen. Und ich habe gehört, was von dir. Okay. Okay. But, I'm warning you. I'm not low budget. Do I look like I live low budget, dog? Your player. What the fuck you want? There's someone here for you. Dwayne or some shit. I don't know. What the fuck got out? Damn. My dude! What's up, son? What's going down? You didn't tell me you was getting out? Man. I would have laid on a party. Got some freaks out. Cheat. Cheat. Oh. Couple of times. Man. Hey. Dwayne. This is Nico. Hey. Dwayne. Ford. Taught me everything I know. Not everything. So hey man. Where are you staying? You need some money? What's the plan? Pick up where we left off. I'm out. I'm back. We keep on rolling. You say we? Yeah, we. Unless you're too fine. What? Your silk sheet? Fancy dress wearing life too big for me now? Oh hey. Now I ain't saying that. You know what's mine is yours. You need help? Just holler. Hey. This slobic motherfucker ain't any good. He can help. You know I do anything I can't solve. What's going through? Well right now we gotta roll. Just give me one second. Ain't folk quick to forget. Some folk. Sure, that's the truth. Where did you get out from? ich hätte auch gerne so eine wohnung die wo das geil der motherfucker so ich habe viele Namen seit ich hier bin dieser Mann ist ein großer Entwickler sind wir mit ihm und ihn über die Stadt zu gehen nicht noch aber ich habe eine Idee wie ich und ihn sind ein paar italiener Leute haben sich auf seine Gebäude zu verabschieden auf ein paar Union sind alle in der Ort mit hart hat niemand Die Verachtung ist zu groß. Wir versuchen es. Die Verachtung ist ein anderes Wort für Mafia. Diese Katzen versuchen zu spüren unsere Mannschaft für Dollar, weil er nicht von ihm ist. Wenn wir die Leute aussehen, werden sie wissen, dass er nicht der Katzen ist. Und sie werden zurück. Okay? Yusuf ist aus Dubai. Er ist ein Afrikaner, und er kommt in der Liberty City, um es zu machen. Es ist meine Aufgabe, die Katzen zurück zu sehen. Meine Ancestors kamen aus Afrika. Jetzt kommt er ein bisschen später. Ich und ihn könnten sein Cousins. Ich denke, du möchtest auf die Karte schauen. Dubai ist in Afrika. Shit. Es ist alles gleich. Afrika, Amerika, Dubai. Es ist egal. Wir sind Brüder. Spirituell. Das ist alles nicht beworben. 200 Leute. Zeig. Teig. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Aaah, der Wagen ist... Der bricht echt stark aus. Die Verlockung. und du auch noch der klassiker ja ich bin es einfach überall drüber ja so dunkler wählen in der dunklen seitenkasse ist so gar nicht auffällig ich steige mal ein ein paar waffen dafür einsteigen das würde ich auch ganz gerne so irgendwann einsteigen was wir bekommen vor allem mit der ak oben auf kran wir haben ein bisschen munition für die sniper bekommen wir haben 20 granaten bekommen wir haben eine ak bekommen ja dann fahren wir die plattform mal hoch da sehen wir schon einfach posten beziehungsweise sogar beide der andere ist ja ein bisschen weiter hinten ich weiß nicht ob ihr den seht und der dritte ist meine ich da vorne ja man so sieht man sie alle sollte man sich halt einprägen nicht dass man dann oben auf dem hausdach steht und verzweifelt nach den wachposten so so tipp nicht runterfallen tut weh ich wechsle wieder auf maus und tastatur einfach weil es angenehmer ist so wir haben jetzt da unten ein da ist jetzt immer so über nikos kopf da haben wir ein da haben wir ein und da haben wir ein und ich weiß dass die alle lustige animation haben wenn sie sterben was ich halt wie gesagt nicht verstehe ich stehen oben auf dem kran das ein bisschen 30 meter höhe oder so und die haben einfach akars ich meine die munition können wir uns daher sogar noch mitnehmen so die anderen sind jetzt halt in der alarmbereitschaft weil sie wissen irgendwas stimmt hier nicht das ist gekonnt die waffe ist geil liegen geblieben so und der hier hat eine sehr lustige animation ich finde das grandios genau mein humor gut man hört sogar noch die alarmerlage von dem roten auto ihr seht es jetzt da rechts da ungefähr da ist da nämlich drauf gefallen ganz stark so die fahrt ist halt ein bisschen langweilig aber wir kommen so langsam unten an ich meine die ak gut die eine ist ja mit runtergefahren liegt jetzt neben dem jeep die andere ist oben auf dem stück fahren wir noch schnell die andere ist oben auf dem kran liegen und die einlagen die erste ak die wir den ersten der erschossen haben meine ich der ist ja mit seiner ak auch runtergefallen und ich meine die liegt sogar hier vorne müssen wir mal gucken ob das hierhin irgendwo geklatscht genau dass der typ also war der typ unterricht auf seine ak die nehmen uns jetzt auch die hat nämlich den meisten zu ja da kommen los mama magato so also ich entschuldige mich jetzt mal dafür wenn ich ein bisschen leiser bin aber gerade bei solchen missionen konzentriert mich ganz gerne weil zumindest sehe ich das so anständiges gameplay manchmal doch viel viel mehr wert ist als lustige witze oder so ein tschuss wo kommt das her außer der mag ich explosionen nee also ich reg mich immer auf wenn leute dann halt die ganze zeit nur quatschen aber dann total scheiße spielen da kriegt graue haare drüber klunk und deswegen werde ich mich gerade in solchen missionen dann doch eher darauf konzentrieren was anständiges zu spielen und so ein bisschen prophylaktisch drüber zu reden damit ihr euch nicht darüber ärgert dass ich die regelmäßig die missionen verkacke und ich mich darüber ärgere dass ich regelmäßig die missionen verkacke ich noch bekommen ich meine nicht doch das ist komisch sondern das macht er jetzt irgendwie automatisch unterseite ich automatisch schon drückt das fände ich ein bisschen doof versuch mal unser glück ich weiß nicht wo die gelandet ist das hat keinen sinn immer auf nico damit haben wir hier auch aufgeräumt ich mag das kriegen wieder ein bisschen munition laden mal kurz nach den nehmen wir uns noch kurz auf bis ich ein bisschen weiter vorwärts gekommen bin so steh auf wir sollen nur aufpassen deswegen habe ich mir das erst aufgehoben besten ist wenn wir den helikopter piloten jetzt gleich erschießen also sehe ich natürlich nicht mehr der helikopter explodiert fragt nicht fragt einfach nicht nach aber zumindest haben jetzt das glück dass er nicht abhauen kann weil eigentlich wollte der vorarbeiter nämlich in den helikopter und dann abhauen also ich mache die fässer nicht nur kaputt weil es schön knallt und explodiert und nicht spaß daran habe sondern einfach falls dann mal irgendwie eine kugel von den gegnern das trifft fall runter wollte sicher gehen seht ihr jetzt wollte ich gerade darüber springen dann ruft er den scheiß ja noch an das wäre erledigt mit ein bisschen glück steht unser auto jetzt nach vorne ich habe sowieso gesagt wir nehmen uns ein taxi weil wir haben jetzt 15 bis 15 minuten das noch zeit für eine mission ja hier steht noch und wir kriegen halt echt massig munition für für andere waffen müssen wir hier in dem fall für die ak was ich recht schön finde und wenn ich glück habe finde ich hier dort mein taxi hätten der fährt los wenn ich da bin wir fahren direkt zu elisabetak weil ich für elisabeth am 1 überspringen die fahrt ihr wollt das ja auch nicht sehen ist ja quatsch weil das ist nur taxifahrt da wären wir lass die tür offen das quatsch gut dass wir so viel geld angespart haben damit wir uns ja nächstens den ganzen tag durch die gegend kutschieren lassen können auch eine meiner missionen die sind gut gut ja 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 genau die haben beide denn raster so zum alten krankenhaus und elisabetas koks holen wunderbar dass das taxi noch nicht abgehauen ist dann sparen wir uns ziemlich zeit so runter zum krankenhaus ähm ich weiß nicht ob jemand von euch den oh das ist nah dankeschön ob jemand von euch den den witz verstanden hat im titel nahmen also nicht von dem video sondern von der mission weil die mission das snowstorm heißt und koks nennt man halt oder kokain ist ja so weißes pulver nennt man halt eben auch snow und das war auch mal hier so das lief von den red hot chili peppers ne snow äh ist halt ne geht da um kokain deswegen und das snowstorm der schneesturm kokain sturm und so ja ja komm fresse ich will schon hinter mich bringen wir haben ja genug munition was das angeht so so leute ich sehe gerne einfach nur uns beide damit sie runterfallen ähm ich habe eine sadistische ador das gebe ich offen zu so das war knapp dass er nicht so reagiert hat wie ich das erwartet habe ist das war knapp dass er nicht so eigentlich nicht so es ist alles das ist alles das ist alles das ist eine kappe Mann Oh! Vorsichtshalbe mal draufschießen. Hm, komisch. Auch leer. Oh, die Verlockung! Oh! Oh, geil! Pfff! Pfff! Dafür wahrscheinlich gerne Kugeln. Mein Gehör ist noch weg. So. Wir packen uns das Ding ein. Sorry. Knack. Ich habe das Ding. Weißt du, wo das Feuer kommt? Der Druck. Geh' dich näher, Herr. Aber es gibt nur noch einen Kugeln. Scheiße! Ich denke, ich habe Kumpel. Ich muss gehen. Die kommen natürlich direkt hier mit Swat, beziehungsweise mit Nus ein. Äh. Und das finde ich persönlich jetzt eher nur so mittelgeil. Ich nehme den Controller gerade ab. Jetzt müssen wir uns hier wieder rausmetzeln. Also, mittlerweile mag ich die Mission. Das ist in Ordnung. Und grundsätzlich gibt es auch nur diesen einen Weg raus. Das heißt, es ist nicht so, dass wir uns hier in diesem Labyrinth total überall auf jeder Ecke absichern müssen. Sonst haben wir total verkackt und so. Oh, hat der eigentlich scheiß Glück gehabt. Daniel! So, dann wäre es das auch schon mal für dich. So, wir nehmen jetzt hier mal ein anständiges Auto. So, schnell ins Auto. Komm, die Scheibe ist eh kaputt. So, schließ den Wagen kurz. Und wir hauen hier ab. Oh, da steht noch nicht nur das Motorrad. Aber das ist mir jetzt zu gefährlich in der Polizeiverfolgung mit dem Motorrad unterwegs. Ja, hab ich schön getroffen. Oh, das hat glaube ich weh getan. So, wie fahren wir denn jetzt am besten? Äh, wir hauen mal nach rechts ab. Nöhn. Verlauchung wird immer größer, sich so ein Motorrad zu nehmen, aber... So, ihr seht schon, gerade wenn wir so drei Sterne haben, dann regeln die schon die Brücken ab. Aber haben wir nur das Problem, dass wir wieder an der Polizeistation vorbeikommen, weil hier auch nochmal Polizisten stehen. Wie gewöhnlich. Oh. Wir haben eine Chance. Wir haben eine reelle Chance zu entkommen. Ah, verdammte Hacke. Hm. Jetzt muss ich mit ein bisschen Glück hier mich irgendwie durchzustellen. Oh nein. Dein Ernst? Gut, der hat uns... Natürlich hat er uns gesehen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Das hasse ich ja. In der Innenstadt drei Sterne bekommen. Du wirst die nicht los. Mann. Jetzt kommt mir noch einer entgegen. Aber hier rechts. Woher bist du? Schöne, Pfeil. Und mit ein paar Schmerzen in den Augen. Geh hier hin, Aiko. Und mit ein paar Schmerzen in den Augen. Und mit ein paar Schmerzen in den Augen. Geh hier hin, Aiko. Wir müssen nämlich oben nach Bohan. So. Das hier ist nämlich an sich auch eine recht entscheidende Mission. In unserer Geschichte. Weil sie nämlich Wurzeln im Anfang unserer Geschichte Liberty City findet. Was das explizit bedeutet, werden wir jetzt gleiche fahren. Also werdet ihr jetzt gleiche fahren? Ich kenn das Ganze ja schon. Aber ich kann, wenn ihr möchtet, einen auf, äh... Erstaunt machen. Hm. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Kurz drüber. Live. Den werfen wir auch noch mal um, weil ich da gerade Lust noch hab. Äh, das klappt nicht. Schade. Ja, wenn du nicht beiseite... Ach, sie lebt noch. Ist doch alles easy peasy. Die steht, glaube ich, nicht mehr auf. So. Da sind wir. Jakob, was du sprachst? Du weißt, ich denke, du schmuckst zu viel. Yo, ich denke mir nur an die Eta kommt von mir nach King. Hey, Nico. Hey, Jakob. Was machst du hier? Das ist kein Ort für dich, Michelle. Wie passiert, es ist. Du weißt, Nico? Ich arbeite für die Regierung. Ich bin Angst, dass es mein Job ist, dich zu sehen. Und jetzt, ich muss dich für die Coke. Das ist ein Job, richtig? Bitte, bitte, nicht das für mich zu machen, als es schon ist. Look, sie versuchen, Elisabetta zu zerstören. Ich denke nicht wirklich zu viel davon. Ich denke, ich bin entschuldige, dass es hier drin musste, Nico. Ich bin wirklich entschuldige. Hey, du weißt, du könntest auch gehen, wenn du nicht so gut bist. Ola! Du bist so ein Mann! Nico! Ola! Du bist so ein bisschen wie das? Nicht in Aguan! Na gut, meine Arbeit brauchen die Hilfe eines Niko. Na gut, meine Arbeit brauchen einen Mann wie Nico. Der Office ist in Algonquin. Ich werde dich telefonieren. Du wißt, wie wenn wir dich brauchen. 1-2-3-3-3-4-2-3-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5? sie wirklich angefangen leben zu lernen und dann hat man sich mal geküsst und dann ist man auch mal hoch zu ihr aufs Zimmer und deswegen mochte Niko sie eigentlich, wenn man das Spiel anständig spielen würde auch sehr gerne. Das haben wir jetzt nicht getan und deswegen ist es jetzt nicht so dramatisch. Allerdings ist Niko jetzt trotzdem böse, weil er sich ja eigentlich viel mit ihr getroffen hat. Jo. Ich kann mir jetzt demnächst schon schöne Klamotten kaufen. Sehr geil. Gut. Ja, ja, ist gut, Niko. Niko sag ich schon. Ist gut, Brussi. So, löschen. Ich fahre rüber zu Elisabetha und dann beende ich den Part schon mal hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Zuhören, Ertragen meiner Stimme, was auch immer. Wie ihr es auch immer nennen möchtet. Wir müssen jetzt Elisabetha sagen, dass sie keinen Kokain bekommt, was wahrscheinlich nicht so gut ankommen wird. Aber das seht ihr dann im nächsten Part von Let's Play GTA 4 und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein und Mann, immer so immer in der Abmoderation, ne? Schlimm. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschö, tschö.